Äh, nee. Da oben ist noch ne Kiste, vielleicht ist da ein grünes Kraut drin. Danke. Geh mal, geh mal schnell auf. Schon sogar zwei. Oh, das sind zwei Fässer. Fässer? Fässer. Strollmunition und Gold. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich hab auch noch was zum Heilen. Selbst in der Tasche. Woah! Hahaha! Chiecho! Du brauchst was für den Kopf. Eine Padrone. Kann ich springen wollen? Kann ich denn springen auch ins Wasser? Das geht aber nicht. Die ist auf dem Weg zu dir. Das ist fliegelig. Fliegelig? Fliegelig? Ach, lad doch mal nach. Oh, ich hab nur noch 18 Schuss. Das ist aber nicht viel. Das heißt, die nächste... Ah, da vorne ist ein grünes Kraut. Da bin ich gleich, ne? Oder hab ich ne... Ich hab euch nur noch 18. Ich stell mich dann aber... Ich stell mich dann aber neben dich. Das ist ein Wahnsinn. Nein! So! Na komm! Zeig dein Gesicht! Na ja! So! So! Jetzt hier... putzen. Hier oben kommen noch zwei. Ich stell mich auch noch ein bisschen ab. Drei. Drei. Könnt ihr wohnen? Da ist ein bisschen ins Wasser gefallen. Gornade! Können die... Können die schwimmen? Bäm! Ich weiß es nicht. Äh, anscheinend... Jeim. Bäm! Irgendwer hat wieder geschossen. Geschossen. Sack! Voll zerfleddert! Äh! Sack! Voll zerfleddert! Äh! Das ist grad schlecht mit Pistormunition. Weg! Du auch! Okay. Also... Nachladen erstmal. Hast du jetzt eigentlich ne... 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 Dings gefunden? Neen Tasten... gedönst zum Nachladen? Ne. Also so... ach... schon wieder ein dicker. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Hier dicker, fang! Gibt das funktioniert? Uh! Ja. Gätte funktioniert's. Vorsicht! Ne, zwei, drei. Na, hat funktioniert's. Komm, komm, komm! Äh! Nein! Jetzt legen wir den... Mal in die Mangel, ne? Boah! Der hat mich voll umgehauen, Herr Wixer. Hm! Nochmal! Wo ist er? Ich seh, wo ist er? Ah, ist kaputt. Fällig. Du bist leer. Oh, ja. Dann, äh... Sie haben eine Trophäe verdient. Ich nicht. Kombo-König. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ausbild. Ihr zwei okay? Ich hab ein bisschen viel aufgeladen. Ich hab ein bisschen viel aufgeladen. H.C.Q. sende mich in, um Ihren Unterstützung zu geben. Es wird heißer hier, also warte mal! Roger! Danke, Kurt! H.C. Ha, ha, ha! Ja. Da geht das hier rein! Boah! Da wollte ich doch grad hin! H.C. Was schießt denn jetzt? Oh, guck mal! Sehr schön! Unser... Hat unser Hubschraubermensch weggeschossen. Oh, sehr sozial. Wer macht denn hier Molotov rum? Ähm, sorry. Naja, der, der jetzt gerade von der Rakete getroffen wurde. Okay. Ach, da oben steht noch einer. Da oben steht noch einer, ja. Aber da seh ich nicht, ob ich den treffe. Ich bin ein bisschen getroffen anscheinend. Ich geh mal hier von der Wand weg. Pistolen-Munition. Ach, die. Pistolen-Munition. Ich geh mal da in die Hütte rein. Ich lauf jetzt einfach mal so durch die Hütten hier durch. Äh, was ich finde. Hier ist Pistolen-Munition. Ich komm. Pistolen-Munition. Dann hab ich ja nicht mehr rum. Steht mir noch da oben. Huch. Also hier liegt noch mal eine Brandgranate unter der Pistolen-Munition. Pistolen-Munition. Ich geh mal da nach oben, wo dieser Typ stammt. Bevor er von der Rakete getroffen wird. Oh. Das ist nicht in der Sicht. Das ist nicht so schnell. Oh, ich hab's. Aua. Das ist so ein Emblem. Wenn ich den Kameraden jetzt eine Armbrüster weggeballert hab, schießt ich das auch mal von der Wand. Ja. Na. 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 Wie ist denn jetzt mein Laserpoint denn da? Ähm. Grünes Kraut. Mach's mal kurz. Nö. Bleib grün. Nö. Komm hoch, hier ist Pistolen-Munition. Du brauchst die mehr als ich hier in der Ecke. Pistolen-Munition voll? Ja. Du? Ach so, ich hab... Ich kann keine Pistolen-Munition mehr mitnehmen, weil ich ähm zu viele Granaten hab. Aber ich hab die grad nicht mitgenommen, das was da am Boden war. Ups. Schhhh. Ja, ich kann die Pistolen-Munition nicht aufnehmen, weil ich keinen Platz mehr im Inventar hab. Hatte. Hatte. Jetzt hab ich dir ja eine Granate gegeben, jetzt müsstest du eine Granate mehr haben. Ja. Ja. Dankeschön. Ah. Ich hab's glaub ich sonst nix mehr. Da vorne ist n Kraut. Ehm. Ich bin... Oh, nein. Viele... Viele... Viele Typen. Viele Typen. Oh, bitte schoen. Oh, ich schoen. Ausgewichen. So. Puff. Oh... ja natürlich was denn los mit euch hat er den ist jetzt was offen hinter mir steht einer also was los mit unseren typen dem da mal er hat vielleicht versucht auf den helikopter den der typen helikopter vielleicht versucht auf den typen hinter dir zu schießen wird zumindest erklären warum ich getroffen habe aber der typ war nicht tot hier ist schrotgewehr sofort unterwegs muss ich natürlich mitnehmen ich habe gewehr munition mitgenommen ich weiß es nicht ob das ja ich glaube hier gibt es das gewehr das tun munition wie viel hast du denn jetzt gerade du hast mehr als ich und hier das müsste das gewehr dann sein nach genau ich bin voll ich auch aber ich müsste wieder so zack gucken glaube ich noch irgendwie was kombinieren kann aber sieht nicht so aus na gut dann haben wir es soweit denke ich mal jetzt kommen bestimmt wieder welche ich glaube das war es für das für den kontrollpunkt ja die tür können wir noch gemeinsam aufmachen komm hier 2 1 abgeschlossen nein dann eben nicht ich trinke jetzt erstmal noch was gönn dir so speichern sehr schön speichern gefällt mir ist etwas hinter uns nein dann ist hier eine tür die kann man öffnen da geht es dann um das gebäude drumherum ich guck dir erstmal ich glaube wenn es da ist was haben wir denn hier was ist die kasse irgendwer hat geschrien ja ja der hier am fenster achso hallo ich habe so beide weggekickt beide kaputt geben aber nix schade na guck mal da kommt noch einer er hat aber ne axt jetzt nicht mehr er hat eine axt hier ist Pistolen Munition die kannst du jetzt nehmen ach guck mal hier ist nochmal Pistolen oder ja klapp schon ja nochmal will ich ihn nehmen oder bist du die ja nimm du die komm ich hüpfe da mal rein ich bin ich bin nicht alleine hier rumstehen hier nochmal Pistolen munition nehme ich da hier sind wir also Totenkastsohn wie so'n 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 ob also was ist eine Kettensäge eine doppelte nicht gerade ein Küchenutensil das ist eine doppelte Kettensäge ja alter was was los hier geht's in die Tür raus hier ist so'n riesiges Beil hier ist äh ein Kraut falls du noch Platz im Inventar ist könntest du das noch nehmen ähm hier geht's dann wieder also ich hab zwei ich hab zwei grüne Krauts im Inventar und ich bin voll kannst du die kombinieren kommentieren wollte ich schon fast sagen aber warte mal ich kann vielleicht oh man kann das doch wechseln wie denn ähm also wenn du dann Quadrat auf dem Item drückst dann kannst du es rumschieben in dem in dem Dings das ist gut zu wissen ja ist echt gut äh kombinieren ja doch das geht okay dann nehm ich das Kraut mit ok sehr schön sehr schön jetzt kann ich das nur wahrscheinlich nicht mehr mit noch einem roten mischen ja du musst du Platz dann im Inventar machen später so wir haben hier Tier und Pistolen Munition du hast ein Schuss mehr ach nimm du mal meine Pistole ist glaube ich ein bisschen besser als deine die habe ich ja noch von dem anderen Spiel durchlaufen ja ja ähm ach daran kann ich mich erinnern doch Acht ich bin ja 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 vier ich bin ja da ich bin ja Kurs was passiert ist komm her Kurs Kurs du kannst mir jetzt hier hoch helfen aber jetzt müssen wir wieder wieder macht sein eigenes Ding oder was du kannst mir jetzt hier hoch helfen dann kann ich von oben mit dem Gewehr zielen. Wir hatten das doch schon mal zusammen gespielt, oder nicht? Bis zum Sumpf, oder so. Kannst du dich noch dran ändern? Ja, ich weiß, dass da irgendwas mit einem Sumpf war. Ohne Aufnahme, meine ich jetzt. Ja, ist möglich. Äh. Nein? Voll verfehlt. Geil. Was wär... Zack, einen hab ich erwischt. Einen zweiten hab ich erwischt. Ich hab hier noch Maschinengewehrmunition. Nämlich nicht. Da steht noch einer. Zack. Das Gewehr ist gar nicht mal so schlicht. Ich hab's kaputt gematscht. Oh, oh. Oh. Jetzt muss die nachladen, ich fass es nicht. Äh. Oh, es ist ja immer noch nicht kaputt. Aber jetzt. So. Damit hab ich dann hier oben noch Pistolenmunition. Kann ich nicht mitnehmen. Toll. Hm. Hm. Hm.